Musik Wir lesen und hören nahezu täglich, dass der Wirtschaftsstandort Österreich heruntergekommen und nicht mehr konkurrenzfähig ist, abgesammelt ist, wie gesagt, zu dem geflügelten Wort in dem Zusammenhang geworden. Und das geht so weit, dass jeden Tag Schreckensszenarien für die österreichische Wirtschaft gezeichnet werden. Wenn wir über den Standort Österreich reden, ist eines klar, liebe Kolleginnen und Kollegen, deswegen Österreich ist Weltspitze, ohne Wenn und Aber. Weil diese Partnerschaft zwischen Politik, Industrie, Wissenschaft und den Kolleginnen und Kollegen, die jeden Tag am Sechse in der Bude stehen, wenn ich das so sagen darf, besser funktioniert das anderswo. Wir fördern die Entwicklung von neuen Technologien, um unsere Betriebe an die Weltspitze zu halten und kurbeln somit unsere Wirtschaft an und sichern mit diesen Investitionen insgesamt über 400.000 Arbeitsplätze. Musik Wir haben sehr viele Experten an dem Pult stehen gehabt, die uns von der Wirtschaftslage berichtet haben, auch von der Arbeitswelt berichtet haben. Generell glaube ich, dass man eine recht gute Übersicht bekommt, dass der Standort Österreich wirklich noch ein guter ist. Informativ für mich. Es waren Dinge dabei, die ich noch nicht gehört habe und die sogar für die Zukunft sicherlich richtungsweis sind. Eigentlich sagt man immer, Statistik ist etwas völlig Trockenes, aber mit seinem Backgroundwissen dazu, muss ich sagen, hervorragend. Es waren spannende Sachen dabei, speziell Statistiken und so weiter, mal zu sehen, wie es wirklich ausschaut. Man liest in den Zeitungen so viel Negatives und es ist auch wichtig, dass man die Leute unterstützt, dass sie etwas Positives auch einmal hören. Sehr oft wird uns gesagt, und ich nehme an, dass das auch heute in der Nachmittagsdiskussion sein wird, naja, wenn die Konsum schwach ist, dann müssen wir halt einfach die Abgaben auf den Faktor Arbeit senken, also die Sozialversicherungsbeiträge und die Lohnsteuer senken. Die Leute brauchen mehr im Börsen und dann haben sie wieder mehr Geld zum Ausgeben. Nun sind wir immer bereit zu diskutieren über steuerliche Belastung des Faktors Arbeit versus andere Faktoren. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass eine generelle Abgabensenkung, wenn man die Steuern insgesamt senkt, mit Sicherheit nicht zu einer besseren Wirtschaftsentwicklung führen würde. Wenn jetzt so fast hyperventilierend darüber geredet wird, dass wir ganz einen dringenden Sanierungsbedarf haben, dann gibt es immer nur eine Lösung dafür. Sofort muss etwas verändert werden. Die österreichischen Unternehmen sind in der Welt angekommen, sind so vernetzt wie kaum andere. Die Beschäftigung letztlich liegt in der Produktion und in den produktionsnahen Dienstleistungen. Und insofern müssen wir das als drei Gestirn denken, Forschung, Entwicklung und Produktion. Vor allem möchte ich sagen, kann ich die Stimmung mitnehmen. Das Gute ist, dass man wirklich sieht, wie die Zahlen eigentlich passen. Und ich glaube, dass man mit dieser guten Einstellung auch wirklich die Mitarbeiter motivieren kann. Also ich würde mitnehmen, dass von den Gewinnern, die erzielt werden, mehr in den Betrieben bleiben sollte, dass mehr investiert werden sollte und weniger ausgeschüttet werden sollte an Aktionäre und dergleichen. Ich bin sehr begeistert und bin froh, dass ich heute da bin. Wir haben viel zu tun, um den Wirtschaftsstandort weiterzuentwickeln. Da bin ich mit sehr vielen, was heute Nachmittag in der Podiumsdiskussion gesagt wurde, einer Meinung. Wir brauchen im Bildungsbereich eine rasche und dramatische Weiterentwicklung in Richtung auch fit machen für die Digitalisierung. Auch das ist Teil eines guten Wirtschaftsstandortes, dass man Pressefreiheit hat, dass es Gewerkschaftsfreiheit gibt, dass es Koalitionsrecht, Versammlungsrecht und Demonstrationsfreiheit gibt. Mit der heutigen Betriebsredinnenkonferenz und mit dieser Aktionswoche zum Thema Wirtschaftsstandort, Top oder Flop, haben wir, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür gebracht, was seriöse und verantwortungsvolle Gewerkschaftsarbeit bedeutet. Vielen Dank.